Hallo, ich bin Nikolas Ehring, ich bin Leiter der geschlossenen Gesellschaft. Wir sind die Escape Rooms, die hier in Innenhafen mit dem Explorator-Kindermuseum zusammen in Ravensburger das verrückte Labyrinth als Escape Room umgesetzt haben. Wir stehen jetzt gerade hier davor und einen kleinen Blick würde ich euch mal genehmigen. Ja, wir sind jetzt hier, man sieht, es ist schon ein bisschen schummrig, wir sind hier im Labyrinth selber und hier sehen wir auch schon den Geist des Labyrinths. Der Geist hat das Labyrinth ein wenig durcheinander geworfen, hat alles verschlossen, was er nur konnte und ihr habt nur eine Stunde, um aus dem Labyrinth zu fliehen, seine Rätsel zu lösen und solltet ihr das nicht schaffen, dann werdet ihr selber zu Geistern des Labyrinths. Ja, der Raum, das verrückte Labyrinth ist für Familien konzipiert, ab sieben Jahren. Bis zu sechs Spieler können hier spielen, drei Spieler sollten es mindestens sein. Ihr könnt euch einfach anmelden über ravensburger.escape rooms.de oder auch über die geschlossene Gesellschaft www.gege-duisburg.de den Raum vorher buchen, nur in der Regel drei Tage vorher, also die Buchen frei. einen freien Termin auswählen und dann könnt ihr vorbeikommen und versuchen innerhalb von 60 Minuten den Raum zu bewältigen. Wir wünschen euch dabei natürlich viel Glück.